Der Müll stapelt sich und ich möchte mit euch heute über Produkte sprechen, die ich definitiv nie wieder nachkaufen werde. Oder aber auch ein paar neue Favoriten, die es mir die letzten Monate wirklich angetan haben. Heute ist Dienstag, für mich zumindest. Es heißt, morgen wird Plastikmüll abgeholt und ich kann es nicht mehr sehen, den Stapel Müll. Deswegen wollte ich mit euch heute einmal über die Produkte sprechen, die wir gemeinsam, Danny und ich, die letzten Wochen genutzt haben. Und hier sind wirklich viele Produkte drin, die ich nie wieder kaufen würde. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde vorschlagen, wir verlegen gar keine Zeit und tüpfen direkt ins Video. Und damit das Bild ein bisschen ästhetischer aussieht, dachte ich mir, machen wir erstmal hier. Das ist von Denk mit einer White Sensation für strahlend weiß ohne Leichmittel. War gut. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich würde bei allen Sachen sagen, die sind gut, seitdem ich die Wäsche einfach vernünftig trenne. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt von Frosch dieses Pulverwaschmittel. Ich kaufe nichts mehr anderes. Du brauchst danach keinen Weichspüler, weil es sehr, 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 sehr gut riecht. Es riecht frisch, es riecht nicht so künstlich parfümiert. Die Wäsche ist strahlend sauber, egal ob weiß oder schwarz. Ich habe für schwarz, werde ich vielleicht immer noch so ein bisschen was mit dran machen. Aber wenn ihr die Wäsche richtig trennt und es euch nicht darum geht, dass es ganz besonders gut riecht oder ihr Rücksicht auf Allergien oder Kinder oder so nehmen müsst, dann bin ich der Meinung, braucht man nicht so viele verschiedene Sachen. Ein gutes Produkt, wie beispielsweise dieses Froschpulver, das tut. Deswegen war gut. Mama ist bestimmt stolz auf mich. Genauso wie der Lenore Sensitiv Weichspüler. Ich kaufe keine Weichspüler mehr jetzt. Der war aber wirklich, wirklich gut. Der ist auch ein Veganer, glaube ich, gewesen. Oder war zumindest auf Pflanzenbasis. Und raucht gut. Ich habe davon keinen Ausschlag bekommen, keine trockene Haut. Aber wie gesagt, ich will keine Weichspüler mehr kaufen. Deswegen war ein gutes Produkt. Kann jetzt aber auch gehen. Ganz, ganz wichtig. Ich sage es immer, immer wieder, wenn ich Aufgebraucht-Videos habe. Wenn ihr euren Müll entfernt. Das ist ja meistens, ist das ja alles Plastikmüll. Tut bitte eins. Entfernt die Umverpackungen und die Kappen. Denn, viele wissen das nicht, deswegen sage ich es immer wieder dazu. Plastik kann recycelt werden, aber nur, wenn ihr das Ganze wirklich richtig, richtig trennt. Das hier ist ein anderes Material als die Kappe. Und auch vor allen Dingen das hier. Das ist ja fast wie Alufolie. Steht auch meistens immer drauf, aus welchem Material das Ganze ist. Aber ihr müsst das wirklich, wirklich trennen. Weil ihr sonst, das kann nicht recycelt werden. Und dann bringen auch nachhaltige Verpackungen nichts. Wie habe ich hier bestimmt ein paar drin. Wo dann, naja, aus 100% recyceltem Plastik. Aber dann trotzdem eine Folie drauf. Dann ist es halt einmal recycelt worden. Es könnte aber öfter recycelt werden. Deswegen trennt bitte die Sachen. Und dann tut euch und der Umwelt was Gutes. Das hier hat echt lange gedauert, das aufzubrauchen. Das ist von Action gewesen. Natural Honey. Sensorial Care mit Argan. Roch, genial. Aber irgendwann, deswegen werde ich es auch nicht mehr kaufen. Irgendwann kann ich den Geruch nicht mehr leiden. Es riecht toll. Es riecht nach Arganöl. Es riecht so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche. Das waren jetzt 650 Milliliter. Hat Ewigkeiten gehalten. Ich würde es nicht mehr kaufen, weil ich halt einfach nicht vier Monate lang dasselbe Duschgel haben möchte. Und ansonsten war es aber gut. Wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass ich etwas trockenere Haut davon bekommen habe. Also ich musste mir dann wirklich immer den Körper danach einkremen. Ein Gel, was ich seit 10 Jahren immer kaufe. Und auch nur das ist von Schwarzkopf. Das ist das Got2b Phenomenal Texture Clay. Sie sind ganz schön teuer geworden, muss ich sagen. Aber ich habe ja nicht mehr so viele Haare. Deswegen brauche ich davon auch nicht so viel. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Mag ich super, super gerne. Kaufe ich immer wieder. Und ist mittlerweile auch sogar vegan. Hier, große, große Empfehlung. Auch das, ich habe heute schon ein Video gedreht. Das habt ihr letzte Woche gesehen. Ein Spruch von meiner Oma. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und da muss ich ihr in vielen, vielen Punkten recht geben. Was Putzmittel angeht, bin ich der Meinung, dass der eine Euro oder die zwei Euro, die teilweise Sachen mehr kosten, auch oft es wert sind, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich hatte beispielsweise hier von Dr. Beckmann, Waschmaschinen, Frischereiniger. Extrem gut. Wirklich extrem gut. Ich habe auch oben, das klingt ein bisschen eklig jetzt, kleine Warnung. Wir haben so eine, das ist so ein Ding mit so einer Bürste drauf für, wir haben Haustiere. Und ab und zu müssen Katzen auch mal ihren Magen reinigen. Und meistens machen sie das gerne auf weißen Teppichen. Und dafür ist das mega gut. Die Waschmaschinenreiniger waren sehr, 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 sehr gut. Reinigt zwischendurch. Drei Stück waren drin. Hat auch gut gereicht. Muss ja nicht jede Woche machen. Aber manchmal irgendwann so gerade, wenn es warm wird wieder. So ab ein bisschen ist das wirklich gut, würde ich immer wieder kaufen. Hier haben wir noch Black Sensation. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich wirklich der Meinung war, dass das gut war und die Wäsche wirklich schwarz ist. Eine Sache. Ich weiß, für euch ist es vielleicht langweilig, wenn ich das sage. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen konsequenter meine Meinung zu sagen. Und ich bitte euch, liebe, liebe Firmen, schreibt hier auf die Verpackung rauf, schriftlich, wie man das recycelt. Das ist eine schwarze Verpackung. Die Maschinen erkennen keinen Schwarz. Du kannst das dann abmachen. Aber das musst du wissen. Du musst es wissen. Und da seht ihr auch schon, das ist halt nicht mehr ganz durchsichtig. Das wurde schon mal recycelt. Aber wenn da eine schwarze Verpackung drauf ist, auch die schwarze Kappe, wird nie wieder recycelt werden können. Es sei denn, du hast eine krasse Maschine. Schreibt es bitte einfach drauf, dass es einfacher ist. Weil dann können wir uns den ganzen Spaß sparen mit, ah, das ist jetzt ohne Plastik und das ist mikroplastikfrei. Wenn wir die Sachen, die wir kaufen dann aber noch, auch nicht besser sind. Ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufe, es tut mir leid, ist von X Skincare No Makeup. Oder von No Makeup heißt die Firma, glaube ich, ne? No Cosmetics. No Cosmetics. Der Liquid Hydrator habe ich mittlerweile vier oder fünf Mal aufgebraucht und wieder gekauft. Kaufe ich immer, immer wieder. Funktioniert auch sehr, sehr gut als Setting Spray. Hier war ein Toner drin von Cosar X. Das habe ich mal bei YesStyle bestellt. Mit Honey und Propolis. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War ein gutes Produkt, wenn die Haut sehr, sehr trocken war. Hier war nämlich Honig-Extrakt mit drin. Und Propolis ist natürlich dadurch nicht vegan. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Irgendwann habe ich es aber ausgekippt, weil es schon so lange offen war und ich dann mich nicht mehr so getraut habe. Ein Produkt, was ich fast gar nicht benutzt habe, ist hier von Isana. Ein Zuckeröl Peeling. Das roch genial. Aber die Zuckerkörner waren viel zu groß und, also wir haben Glück, wir haben hier in der Dusche, weil der Opi, der hier vorher drin gewohnt hat, der war schon ein paar Tage älter, der hat so einen Duschsitz drin gehabt. Und ich habe das benutzt und habe mich Gott sei Dank hingesetzt dabei, weil ich habe das an den Füßen gemacht. Du fliegst auf die Nase. Und auch die nächsten drei Tage fliegst du noch auf die Nase, weil die Dusche so voll mit diesem Öl ist. Das kriegst du kaum weg. Mir waren die Zuckerpartikel viel zu groß. Es tat teilweise echt richtig weh. Deswegen würde ich das so nicht mehr benutzen und auch nicht mehr kaufen. Wir haben hier Meister Proper. Kein Abspülen, Streifen frei. Oh, das ist schon sehr, sehr alt. Das habe ich gekauft. Da sind wir hier eingezogen. Reinigt sehr gut. Ich hasse den Geruch. Ich kann diesen Geruch nicht leiden. Das gibt es jetzt wohl als Zitrone. Und auch hier, ich kaufe nur noch Froschprodukte. Und das macht da keinen Unterschied preislich. Froschprodukte, deine Augen brennen nicht danach. Du hast nicht das Gefühl, dass du die ganze Küche vergiftet hast und erst mal vier Wochen Stoß lüften musst. Ich probiere halt ein bisschen darauf zu achten, was ich kaufe und welchen Impact das hat. Und vor allen Dingen auch langfristig, wenn ich euch hier Produkte zeige, die besser sind. Vielleicht kauft es dann jemand anderes auch, was besser ist. Und dann ist diese Wertschöpfungskette von... Ich bin absolut nicht nachhaltig. Gar nicht. Bin ich auch sehr reflektiert. Ich bin nicht nachhaltig. Ich habe keine Ahnung, wie man wirklich nachhaltig sein kann. Ich will aber auch keine Abstriche machen, in Anführungszeichen. Und ich probiere mit kleinen Dingen meinen Beitrag zu leisten. Und wenn es Putzmittel ist, was mir auch noch besser gefällt, weil die Putzkraft besser ist... Hier. Nimm mein Geld. Das habe ich geschenkt bekommen. Zu meinem Geburtstag, glaube ich, von Ipuro. Das sind diese Duftstecker. Gibt es auch fürs Auto. Oh, das ist der Duft Ipuro Noir. Ja, der schwarze Duft. Genial. Toll. Ich möchte nichts anderes mehr riechen. Ich möchte so riechen. Es riecht sehr, in Anführungszeichen, maskulin. So ein bisschen Richtung Sandelholz, Zedernholz, Rosmarin, Zitrone, Baumwolle. Sehr, 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 sehr lecker. Ein Produkt, was mir Tatsache den Kopf gerettet hat. Ihr wisst, ich hatte ja eine ganz, ganz starke Schuppenflechte und bzw. Neurodermitis am Kopf. Und zwischendrin musste ich kämpfen, dass es funktioniert. Und da hatte ich mir von Swiss Opa dieses Teebaumöl-Shampoo gekauft. Da steht zwar beruhigt, die Kopfhaut drauf. Ich finde nicht, dass es beruhigt. Wenn du das... Oh, da kommen Erinnerungen hoch. Wenn du das benutzt, bist du so aufgeputscht, weil dieser Teebaumduft ist halt sehr speziell. Und erinnert mich immer, meine ehemalige beste Freundin, die hat immer Teebaumöl auf ihre Pickel gemacht damals. Und ich habe ganz, ganz oft bei ihr geschlafen und es hat tagelang nach Teebaumöl alles gerochen. Es war aber sehr, sehr gut. Es trocknet dann... Also das kannst du nur benutzen, wenn du eine sehr, sehr fettige Kopfhaut hast oder eine sehr schuppige Kopfhaut. Weil du damit wirklich alles einmal löst, dann ist es aber sehr trocken. Deswegen würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal eine Maske machen. Hat mir aber wirklich echt den Kopf gerettet. Das Deo habe ich euch schon 100 Millionen Mal gezeigt, aber ich kaufe es nicht mehr. Ich habe nämlich ein neues gefunden von L'Oreal Barbershop. Oh, heiß. Ich habe es sogar meiner Mutter gekauft, weil sie es so liebt und sie spürt es einfach so rum. Weil das so genial riecht. Das habe ich mir jetzt tatsächlich wirklich nicht überrochen, aber ich habe das Gefühl, mein Körper hat sich irgendwann daran gewöhnt. Und das andere ist wirklich... Wenn du das drauf hast, das ist auch... Ich würde es gar nicht so als männlichen Duft bezeichnen. Das ist recht unisex. Aber oh lala. Wenn du so nachriechst, Mäuse kennen. Yes. Wir haben eine Maske von The Mask Doctor Face Sheet Masks. Ist von Action. Eine der besten Masken aus dem Action. Wenn nicht sogar die beste Maske aus dem Action. Brennt nicht, tut nicht weh. Fühlt sich gut an. Ist sehr, sehr viel Serum drin. Und ist auch made in Korea. Mag ich sehr, sehr gerne. Kauf ich immer wieder nach, wenn ich bei Action bin. Wir haben hier von Foreo diese kleinen Maskenpads, die man aufs Ufo legen kann. Auch das mache ich sehr, sehr gerne. Da liegen jetzt hier bestimmt noch 20 andere drin. Die zeige ich euch nicht alle. Aber die benutze ich super gerne. Das ist die Hyaluronsäure und Rotalge. Ist mir, glaube ich, die liebste sogar. Wobei die mit grünem Teer ist auch gut. Aber es ist halt Müll. Äh. Wieder mein dunkles Geheimnis. Mein Ansatzspray. Ich muss mir jetzt mal die Farbe merken. Weil ich stehe dann immer davor und weiß immer nicht, welche Farbe. Und dann ist es immer die falsche Farbe. Ich glaube, kühles Braun war die beste Farbe dazu. Mittelbraun war ein bisschen zu rot. Das ist schon echt teuer, ne? Also, L'Oreal, please. Ein bisschen wenig. Ein bisschen. Mach einen Euro, bitte. Ich brauche... Ich brauche das. Istanbul ist halt sehr teuer. Bin ich ein bisschen zu geizig. Aber ich bin auch zu geizig, sieben Euro für einen Ansatzspray zu kaufen. Muss ich mal durchrechnen. Gut. Hier ist einmal ein Real Techniques Miracle Complexion Sponge mit drin. Liebe ich. Benutze ich immer, immer wieder. Genauso wie das hier. Das ist das Huda Beauty... Huda Beauty... Huda Beauty? Huda Beauty Puder in der Farbe Pound Cake. Phänomenal. Noch besser ist aber Cherry Blossom. Ich habe hier schon wieder die nächsten zwei. Ich habe neulich, dank euch... Ich glaube, ich habe mir sechs Stück von dem Cherry Blossom Puder bei Sephora gekauft. Einfach, dass es da ist, weil es es eh immer wieder ausverkauft. Es sind für mich aktuell die besten losen Puder, die es gibt. Muss man... Muss man so sagen. Aber angeblich arbeiten sie gerade daran, dass es ohne Duftstoffe kommt. Das wäre mega gut. Wir haben hier eine Maske von Yee Puder. Auch die liebe ich über alles. Die kannst du eigentlich sogar dreimal benutzen. Oder du benutzt es erst dann deine Mutter. So wie Badetag. Da ist so viel drin. Also die halbe Tüte ist voll mit Serum. Und das ist sehr, sehr gut. Hier ist die Soothing mit Niacinamid, Panthenol und Calendula. Beruhigt sehr, sehr gut. Empfehlung. Holt euch die, wenn ihr in den Urlaub fahrt und eventuellen Sonnenbrand bekommt. Beruhigt sofort und kühlt mega. Das Ding ist ein Game Changer von Denk mit gewesen. Das ist der Textilerfrischer 3 in 1. Der Duft ist göttlich. Der Duft ist göttlich. Und das machst du rauf und das glättet die Falten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du dir damit das Bügeln sparst. Aber zum Frischmachen von Wäsche oder wenn du, weiß nicht, du hast abends zum Essen gehen ein Hemd getragen oder ein Kleid und da sind ein paar Knicke reingekommen. Sprühst du rauf, dann ist es am nächsten Tag besser und es riecht tatsache auch noch sehr frisch. Mache ich tatsache auch sehr, sehr gerne auf Polstermöbel. Einfach, dass die nochmal so einen kleinen Frische-Effekt bekommen und es ist super, super günstig. Ich glaube, es gibt es sogar wieder vorrätig. Also das ist eine große Empfehlung. Wir haben hier ein Setting Spray von Benefit. Das ist das Professional. Das ist eins der einzigen Settings oder Fixing Sprays, würde ich sagen, was das Make-up wirklich, wirklich länger haltbar macht. Würde ich immer wieder nachkaufen. Der Sprühkopf ist jetzt kaputt mittlerweile. Ist der beste Sprühkopf und das beste Setting Spray, was es meiner Meinung nach in dem Preissegment gibt. Wir haben hier von Drunk Elephant Glucolic Night Serum. Ich liebe Drunk Elephant Produkte. Ich bin ehrlich mit euch. Ich liebe sie. Ich benutze sie auch. Ich würde nicht sagen, kauft euch das, weil es ist sehr, 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 sehr teuer. Es sind aber auch gute Produkte. Deswegen will ich nicht zu viel über Drunk Elephant erzählen. Kieselerde Biotin. Ihr merkt es, ich habe sehr, sehr viel probiert, um meinen Kopf zu retten. Hat alles nicht geholfen, aber vielleicht sind meine Haare ein bisschen dicker geworden. Meine Kopfhaut war vielleicht ein bisschen geschützt. Ich weiß es nicht. Haut, Haare, Nägel habe ich genommen 30 Tage lang. Weiß ich nicht, ob man da was sieht. Ich bin eh ein bisschen skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Aber ich glaube daran, wenn man sich etwas einredet, dass es auch passiert ist. Deswegen bleibe ich einfach in meiner Welt, dass mir diese 30 Tabletten geholfen haben. Ich kaufe sie aber nicht mehr wieder. Wir haben Kontaktlinsen von Rossmann. Zu Halloween trage ich nicht. Ich kann keine Kontaktlinsen mehr tragen. Seitdem ich meine Augen lasern lassen habe vor drei Jahren, will ich nicht mehr. Ich will keine Kontaktlinsen mehr tragen. Noch ein Liquid Hydrator. Ein Lash Lift Kit. Auch das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mache es aber nur an den Augenbrauen. Wir haben von Skin by Kim den Cleanser. Oh, da bin ich richtig, richtig sauer. Kim Kardashian hat mich abgezockt. Titel des Videos. Hat sie wahrscheinlich nicht bewusst. Aber ich hatte mir das nachbestellt, weil ich das sehr, sehr gut fand unter der Dusche. Ich habe die ganze Reihe und ich benutze die Sachen auch teilweise sehr, sehr gerne. Aber ich habe es aufgebraucht, habe es mir neu bestellt. Und dann hat das Ewigkeiten gebraucht, hierher zu kommen. Drei Monate, weil es irgendwo nach Südafrika gegangen ist und nicht nach Europa. Und dann kam es irgendwann an. Und ich glaube, die Sachen sind gekippt. Und es riecht nicht mehr so, wie es roch. Oder sie haben die Formulierung geändert. Und das Waschgel, es brennt in den Augen wie Zitrone. Die Augencreme ist wie Feuer. Ich kann die Sachen nicht benutzen. Es steht jetzt einfach nur dekorativ da. 300 Euro. Tschüss. Beauty Mates Creme Hyaluron Creme aufgebraucht. Kennt ihr mittlerweile wirklich. Habe ich viel euch drüber erzählt. Mochte ich sehr, sehr gerne. Genauso wie die. Oh, die war sehr, 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 sehr gut. Auch die war aus dem Korean Skincare Haul. Bar-Cantella Calming Cream. Sehr beruhigende Creme. Gibt es bei YesStyle. Große Empfehlung. Sehr, aber das ist sehr basic. Also 1% Panthenol und der Rest ist eigentlich nur Wasser und Squalane. Also nichts Besonderes. Aber hat gut funktioniert, wenn man mal... Ich mache halt sehr viel mit meiner Haut. Und ich brauche dann auch mal einen Tag, wo ich nichts mache. Wo dann nur so ein bisschen Wasser draufkommt. Hier haben wir einmal den The Calm Balm von Jepoda. Liebe ich, schwöre ich drauf, kaufe ich immer wieder. Ist für mich der beste Reinigungsbalsam, den es gibt. Genauso wie der Double Bubble. Auch den liebe ich über alles. Den habe ich jetzt unter der Dusche gerade in neu. Weil der einfach super einfach zu benutzen ist. Der nimmt alles weg, ohne dass die Haut austrocknet. Wir haben ein Desinfektionsmittel. Aber da habe ich noch was anderes. Und zwar habe ich hier von Isana das Handdesinfektionsmittel gekauft. Das wollte ich wieder rausnehmen, weil ich dachte, das ist vielleicht für unterwegs ganz gut. Gegen Bakterien, Viren und Coronaviren mit 60% Alkohol. Ich mochte das selber nicht auf der Hand haben, glaube ich. Ist schon sehr, sehr lange her. Ich mag diesen Aerosolgeruch nicht so gerne. Und es trocknete sehr aus. Deswegen würde ich das vielleicht für Türklinken oder Toilettensitze benutzen. Wir haben noch Make-up. Darüber haben wir letzte Woche schon geredet. Eine der schlechtesten Foundations, die ich jemals gesehen habe. Leider. Jeans & Blend Pure. Im Gegensatz dazu aber eine der besten Foundations, die ich jemals getestet habe. Die NARS Light Reflecting Foundation. Hatte ich hier in der Farbe Valoris. Phänomenale Foundation. Habe ich mir tatsächlich auch wieder nachgekauft. Wir haben ein Duschgel von Isana. Totes Meersalz mit 90% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. War gut. War frisch. Hatte ich im Sommer gekauft. Habe es jetzt erst benutzt. Würde ich tatsache aber auch erst wieder im Sommer benutzen, glaube ich. Weil es einfach... Im Winter will ich nach Bratapfel riechen und nicht nach Minze und Meersalz. Seid ihr auch so? Kauft ihr auch wirklich so nach Jahreszeiten? Wir haben noch was für die Haut. Und zwar das hier. Das ist von Wishful. Das ist der YoGlow Enzyme Scrub. Habe ich ein paar Mal nachgekauft. Ihr erinnert euch vielleicht. Würde ich mir jetzt aber nicht mehr nachkaufen. Ich bin komplett weg von mechanischen Peelings. Das ist ein mechanisches Peeling. Auch neben einem chemischen Peeling mache ich nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich. Ich kriege immer von mechanischen Peelings kleine Pickelchen, kleine Unebenheiten, irgendwas, was mir nicht so gefällt. Deswegen darf das jetzt hier auch weg. Ein Produkt von Asam. Das ist aus der Resveratrol-Reihe des Essence of Youth. Liebe ich sehr. Ist mir jetzt aber irgendwann... War mir zu alt. Das ist auch leider nicht leer gegangen. Ich habe es mir nachbestellt, weil das unter Make-up sehr, sehr gut ist. Also wenn ihr wirklich reifere Haut habt, die zu so Trockenheitsfältchen neigt, kann ich euch das empfehlen. Und ich liebe das Design. Wer auf Glow steht, sollte unbedingt das Catrice Shake Fix & Glow Fixing Spray benutzen. Das hat zwei Glitzer mit drin. Ich habe es jetzt weggemacht, weil ich ein neues hatte und ich nicht mehr wusste, wann ich das angebrochen hatte. Das macht Glow. Das macht wirklich sehr, sehr viel Glow. Es glitzert auch. Es hat nämlich hier so Schimmerpartikel mit drin. Sieht auf den Beinen, auf den Armen oder auf dem Dekolleté im Sommer halt auch sehr, sehr schön aus, wenn es für euch im Gesicht nicht funktioniert. Aber das ist halt wet. Schminke mich eh gleich ab. Ja, es riecht schon ein bisschen muffig. Ich werde es gleich bereuen oder morgen. Aber es ist sehr, 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 sehr glowy. Gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Eine Mascara von Maybelline, die Colossal. Die hat mir einfach nicht gefallen im Nachgang. Die hat so ein bisschen gebröckelt. Die hat mir zu dicke Wimpern gemacht. Aber ich bin bei meinen Wimpern sehr, sehr, sehr empfindlich, was ich mag und was nicht. Deswegen, die war jetzt nicht schlecht, aber mir hat sie nicht so gefallen. Genauso, was jetzt schlecht geworden ist, Liquid Lipsticks von Jeffree Star. Die riechen schon wie die Mülltonne hier vom Haus. Muss nicht mehr sein. Würde ich auch nicht mehr nachkaufen. Was ich immer wieder nachkaufen würde, ist das hier. Das ist der Color Corrector von Jeffree Star. Hatte ich mir damals, als er rausgekommen ist, sechs Stück gekauft. Ich habe dann auch immer noch welche. Ist einer der besten Concealer in rosa, die es leider gibt. Ich habe noch was anderes. Ich würde das nämlich nicht als Color Corrector nur benutzen, sondern eher als Concealer. Als Color Corrector habe ich hier von Charlotte Tilbury dieses kleine Ding. Da ist noch ein bisschen was drin. Ich habe mich aber irgendwann vor der Verpackung geekelt und dachte mir, wenn du so oft da reingehst, irgendwann ist die Zeit gekommen, es auszutauschen. Tatsache ist hier auch das Neue. Wobei das auch mittlerweile schon echt gut benutzt ist. Ihr merkt, glaube ich, welche Produkte ich wirklich benutze in den Aufgebrauchprodukten an Make-Up-Produkten. Weil, wenn ich etwas aufbrauche in meinem Alltag, ich schminke mich ja nicht jeden Tag für ein YouTube-Video, dann sind die Sachen gut. Und das ist sehr gut. Genauso wie das Flawless Baking Powder von Charlotte Tilbury. Da war es mir dann auch irgendwann zu doof, da dieses Pen rauszukratzen. Und es hat auch schon so ein bisschen Hard Pen bekommen. Hatte ich in der Farbe 1. Ich habe es jetzt in einer dunkleren Farbe. Würde ich, könnte ich empfehlen, wenn man nicht so viel Puder benutzt. Aber da ich jetzt mein Make-Up ja so ein bisschen geändert habe, brauche ich es nicht mehr. Aus der Druckerie. Und das ist, meine Meinung, das beste Produkt für unter die Augen, wenn ihr starke Augenringe habt. Von Max Faktor. Face Finity Compact Powder Foundation. Das hat auch hier so einen Schwamm mit drin gehabt. Das ist auch fast leer. Das ist so, so deckend. Also, wenn ihr eine super deckende, nicht so trockene Powder Foundation haben wollt, probiert die aus. Die könnt ihr nass benutzen, könnt ihr trocken benutzen. Habe ich auch wieder nachgekauft. Wir haben ein Blush von Natasha Denona. Ich kann den nicht aufmachen, weil er mir runtergefallen ist. Ein sehr, sehr, sehr... Vielleicht erinnert ihr euch. Das war so ein tolles Produkt. Vielleicht kaufe ich mir den wieder. Der... Wunderbar... Wobei, nee. Der Catrice Oil-Infused Blush ist genauso. Brauche ich nicht mehr. Sehr, sehr schönes Produkt. Ist leider kaputt gegangen. Und es hat mir den ganzen Schminktisch, die ganze Reisetasche versaut. Aber Natasha Denona kann sehr gut mit Licht spielen. Und deswegen kaufe ich auch von Natasha Denona nur noch Sachen, die mit Licht spielen. Also keine Liner mehr. Keine, weiß ich nicht, keine Puder oder so. Außer, denn es sind irgendwie so Face-Luminizer. Dann würde ich es kaufen. Alles andere, meiner Meinung nach, muss nicht sein. Der beste Primer, den es für mich gibt, neben meinem eigenen, den es leider nicht mehr gibt, ist hier von Nabla. Der Angel Aura Primer. Habe ich euch, glaube ich, schon 27 Mal gezeigt. Habe ich vier Stückchen aufgebraucht. Der beste, beste Primer, den es gibt auf dem Markt. Und zu guter Letzt haben wir noch zwei Produkte. Einmal von Whey. Hat ewig gedauert, das aufzubrauchen. Da muss ich sagen, ich war sehr, sehr geizig, was meine Haare immer angeht. Das ist wahrscheinlich der Preis, den ich jetzt mit Istanbul bezahlen muss. Aber ich habe mir ganz, ganz viele Sachen von Whey vor anderthalb Jahren gekauft. Einige Sachen gehen jetzt auch bald leer. Die seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Und Olaplex. Es hält ewig. Also das hat jetzt hier 45 Milliliter. Das hat locker zwei Jahre fast gehalten. Und es ist leer. Sehr, 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 sehr gut, wenn ihr lange Haare habt in den trockenen Enden. Nicht unbedingt an der Kopfhaut. Genauso wie die tolle Rian-Creme von La Roche-Posay würde ich mir auch immer wieder kaufen. Eine sehr beruhigende Creme, die ein bisschen teurer ist. Aber da ist halt nichts drin. Für mich zumindest gewesen, was meine Haut gereizt hat. Deswegen größte Empfehlung. Ich bin gespannt, was ihr aufgebraucht habt. Schreibt mir gerne eure Produkte hin. Habe ich Sachen gezeigt, die ich gut fand, die ihr vielleicht nicht gut fand? Oder gab es Produkte, wo ihr sagt, Mensch, Mäuschen, da habe ich mir aber was anderes erhofft? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu lesen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf.